Wolke Hegenbart gehört zu den beliebtesten deutschen Schauspielerinnen. Über 215.000 Follower bringen sich stets auf den neuesten Stand, wie es ihrem Idol geht. Jetzt hält Wolke einen ganz besonders niedlichen Post für ihre Fans bereit. Die 43-Jährige entspannt sich bei einer ausgedehnten Yoga-Session. Und ihr vierjähriger Sohn macht gekonnt mit. Mama Wolke trägt dabei eine hautenge Leggings mit Smileys und ein bauchfreies Top, während sich Avi in einem blauen Jogginganzug kuschelt. Die Yoga-Aufnahmen der beiden sind einfach zu niedlich. Avi beherrscht die Yoga-Posen schon fast genauso gut wie seine Mama. Gemeinsam posen, entspannen und dehnen sie sich. Doch was kann entspannender sein als eine innige Umarmung mit seiner Mama? Richtig nichts. Das denkt sich auch der Vierjährige und macht es sich kurzerhand auf ihr gemütlich.